Ist Hillsong für immer und ewig verloren? Sie sind nicht nur in Australien in die Pfanne gehalten worden und in Amerika, sondern auch ganz kräftig in Deutschland. Wir wollen jetzt in diesem Talk Krisenkommunikation ein wenig anschauen. Das ist sicher die schwerste Disziplin in der Kommunikation. Aber v.a. wenn wir mit guten Beispielen anschauen, was es heißt, wenn wir in dieser Gesellschaft glänzen und die gute Nachricht auf eine gute Art und Weise weitergeben, sodass die Leute Freude haben und dass es Spass macht und dass es anziehend ist für viele Menschen.